Radio Ennepe-Ruhr. So klingt zu Hause. Radio Ennepe-Ruhr. Immer da. Für uns im Ennepe-Ruhr-Kreis. Hallo, mein Name ist Sarah. Ich komme aus Wetter und mein Lieblingsort ist der Harcordsee, weil man sich dort gemütlich mit Freunden hinsetzen kann, Eis essen kann und einfach alles genießen kann. Wir begleiten euch durch den Tag. Zu Hause und im Auto. Bei der Arbeit im App-Radio. Unterwegs in der App. Radio Ennepe-Ruhr. So klingt zu Hause. Es ist 6 Uhr. Radio Ennepe-Ruhr. Die Nachrichten. Mit Strassen, Adolfs. Guten Morgen. Radio Ennepe-Ruhr. Die Nachrichten für unsere Region. Mit die Musik. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Drei Minuten nach sechs. Der Blick aufs Wetter. Aktuell messen wir in Witten zwei und in Breckerfeld minus ein Grad. Bis zum Mittag gibt es hier und da zwischen den Wolken auch nochmal ein bisschen Sonne bei uns. Später meist dicht bewölkt und teilweise etwas Schnee. Maximal plus ein bis plus drei Grad heute. Wie du das Wetter findest, uns findest du in Geffelsberg. Wohnwelt Geffelsberg. Wo gute Möbel wenig kosten. Guten Morgen auf die Straßen. Vier Minuten nach sechs. Aktuell sind uns keine Störungsmeldungen bekannt. Kommt gut und vor allem sicher ans Ziel. Wir wünschen eine gute Fahrt. Wenn ihr Staus und Blitzer seht oder glatte Stellen auf den Straßen, dann natürlich bitte gerne durchsagen. Das geht an unserer WhatsApp-Nummer 01573 79 80 605. Radio Ennepe-Ruhr. Der neue Morgen mit Sascha Lewandowski. Guten Morgen. Fünf nach sechs. Wir starten in den Freitag für viele das Wochenende in greifbarer Nähe damit. Und eine wird sich richtig freuen, am Wochenende ordentlich Schotter auszugeben. Melanie hat gestern das geheimnisvolle Geräusch gelöst. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir hören gleich nochmal rein. Und natürlich auch in die Geldübergabe. Das ist schon kein Pappenstiel. 9100 Euro, was sie damit vorhat, auch das haben wir sie natürlich gefragt. Jetzt erst mal Ecosmith, Cool Kids und damit einen entspannten Start. Hier ist der neue Morgen bei Radio Ennepe-Ruhr. Guten Morgen. Radio Ennepe-Ruhr. Wir spielen die Hits im besten Mix. Gleich bei uns in den Radio Ennepe-Ruhr Nachrichten um halb sieben. Unter anderem zum Thema ein Rettungswagen, der gestern wegen Glatteis selber gerettet werden musste. Was da genau passiert ist, die Infos hat mein Kollege Timo Siek für uns gleich. Da gibt's tolle Gutscheine und viele Tickets. Man kann ganz viel sparen. Das ist so eine Box, eine Sparbox. Unsere Radio Sparbox. Exklusive Tickets und Gutscheine in limitierter Auflage. In unserer Sender-App und auf radioennepe-Ruhr.de Und schon geht's weiter mit dem besten Mix bei Radio Ennepe-Ruhr. Die Hits im besten Mix. Hier ist Radio Ennepe-Ruhr und einen schönen guten Morgen mit dem neuen Morgen. Ich bin Sascha Lewandowski. Kurzer Uhrenvergleich. Acht Minuten nach halb sieben. Die besten Themen. Der beste Mix für euren Start in den Tag. Radio Ennepe-Ruhr. Elvis ruft an. Grüß Gott. Ja, moin, Herr Große. Ich bin der Vorsitzende vom Angelsportverein in Simonswolde. Ja, bitteschön. Marc, die gute Nachricht ist, ich glaube, dem Angelverein ist dein Grundstück scheißegal. Ja, das sagt ihr jetzt so. Auf dem Dorf ist alles möglich. Die beste Comedy. Schickt Elvis euren Vorschlag auf unsere Homepage. Radio Ennepe-Ruhr.de Radio Ennepe-Ruhr. Wir spielen die Hits im besten Mix. Das sind die Hits im besten Mix. Hier bei Radio Ennepe-Ruhr. Der neue Morgen. Ich bin der neue Sascha Lewandowski. Und für euch natürlich auch immer erreichbar. Hier im Studio, in der Redaktion. Einfach unsere WhatsApp-Nummer nutzen. 01573 79 80 605. Guten Morgen. Euer Lieblingsradio für den Job. Den ganzen Tag. Radio Ennepe-Ruhr. Guten Morgen. Ja, so klingt nicht das neue gehandnisfolle Geräusch. Nein, unsere Reporterin Lina Keusen war beim Training im Billardverein des ersten PBC-Powerball-Ennepe-Tal in Geffelsberg dabei. Und hat Fabian Reimann bei seinen Spielzügen über die Schulter geschaut. Spektakulär tatsächlich. Gut informiert durch den Tag. Nachrichten und Reportagen aus unserer Region. Radio Ennepe-Ruhr. Es sind die Staus ab 6 Minuten Zeitverlust. A1 Heuskirchen-Köln zwischen Bockle-Münd und Kreuzköln-Nord. 2 Kilometer, 6 Minuten. A3 Oberhausen-Köln zwischen Oberhausen-Lierich und Kaiserberg. 3 Kilometer, 9 Minuten. A45 Gießen-Hagen zwischen Lüdenscheid-Süd und Hagen. Süd, 1 Kilometer Stau vor der gesperrten Brücke. Und die A61 Mönchengladbach-Koblenz zwischen Bergheim-Süd und Kreuzkärben. 2 Kilometer Stau und 9 Minuten mehr. Radio Ennepe-Ruhr am Vormittag. Mit Jürgen Bangert. Der Becker redet schon wieder von Schneewochenende. Genießt den Abend mit eurem Lieblingsradio. Radio Ennepe-Ruhr. Wir spielen die Hits im besten Mix. Jetzt neu bei uns. I'm loving me, loving me, all by myself. All by myself, myself, myself. All by myself. Alok Sigala und Ali Golding. All by myself. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Ennepe-Ruhr. Radio Ennepe-Ruhr. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Ennepe-Ruhr. Radio Ennepe-Ruhr. Radio Ennepe-Ruhr. Radio Ennepe-Ruhr. Vielen Dank.